Hallo Leute, heute wollen wir ein Unboxing Video machen von der Stirnlampe, die Silver Ranger Pro. Vielen Dank! Hier haben wir das Stirnband, die Lampe selber. Die Batterie und die Anleitung. Die Lampe kommt mit einer normalen AA-Batterie aus. Das ist auch noch ein paar Vorteile. So, eingeschaltet wird sie hier oben. Aha, das ist jetzt der Max-Modus. Dunkler, noch dunkler und der Flash-Modus. Was mir auch noch gut gefällt, ist hier, was mir gut gefällt, ist die Positionierung. Die ist sehr fest, sehr gut zu drehen, sodass man das Licht dann auch so drehen kann, wie man es braucht. So, dann ist hier nochmal innen drin, da ist nochmal so ein Gummi aufgeklebt, was nochmal einen sicheren Halt, weil es ist ja praktisch auch nur ein Band, was man am Kopf trägt und nicht noch eins drüber oder quer oder sonst was. Und ich habe es gerade mal ausprobiert. Funktioniert sehr gut. Also wirklich zu empfehlen. Silber Ranger Pro. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.